Dieser Junge kam mit einer seltenen Gesichtsdeformation zur Welt, die die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf sich zog. Im Moment befindet er sich in einem anderen Zustand, aber bevor wir fortfahren, klicke auf den Gefällt-mir-Button und abonniere den Kanal, um kein neues Video zu verpassen. Der Junge wurde in einer Provinz im Süden Chinas mit einer schweren horizontalen Gesichtsanomalie geboren, die ihm das Aussehen von Zweigesichtern verlieh. Der kleine namens Hui Kang schien Zweigesichter zu haben, was die Medien dazu veranlasste, ihn den Jungen mit der Maske zu nennen. Hui Kang wurde in einer bescheidenen Bauernfamilie geboren. Im Gegensatz zur Freude, die eine Mutter normalerweise empfindet, wenn sie ihr Baby zum ersten Mal sieht, war die Mutter von Hui Kang am Boden zerstört, als sie ihren Sohn sah. Anfangs vermieden die Ärzte es, ihr das Baby zu zeigen, und nach mehreren Bitten brachten sie schließlich das Kind. Die Mutter beschrieb das Gefühl, dass ihr ganzer Körper durch die Mutterschaft haupt war. Mit nur 23 Jahren zum Zeitpunkt der Geburt hatte sie nicht nur mit der Trauer über die Geburtsfehler ihres Sohnes zu kämpfen, sondern fühlte sich auch ratlos. Die Frau enthüllte, dass sie während der Schwangerschaft drei Ultraschalluntersuchungen hatte, bei denen keine Deformation festgestellt wurde. Viele Bekannte schlugen vor, das Kind aufzugeben, aber sie lehnte ab und betonte die Unmöglichkeit, eine solche Gräueltat zu begehen. Das Leben in einem traditionellen und armen Dorf in ländlichen Gebieten Chinas brachte die Familie aufgrund des ungewöhnlichen Aussehens des Babys Provokationen und Verachtung von den Nachbarn ein. Die Geschichte von Hui Kang wurde weitläufig von den Medien verbreitet, was zu öffentlichen Spenden führte, um die notwendigen Operationen zu finanzieren. Dr. Dukan, der für die Behandlung verantwortlich war, behauptete, dass die Operationen erfolgreich verlaufen seien. Fünf Jahre nach der Operation wurden zwei Fotos geteilt, die die Veränderung des Gesichtses Jungen zeigten, der jetzt fast vollständig normal aussieht. Die Mutter erwähnte, dass er in den nächsten Monaten noch einige Verfahren durchlaufen wird. Wenn du eine unterstützende Botschaft für die Genesung von Hui Kang senden möchtest, hinterlasse sie in den Kommentaren. Wir würden gerne deine Meinung zu dieser Geschichte hören. Bis zum nächsten Video.